Musik Er ist elf Jahre alt und ganz allein quer durch Europa unterwegs und jetzt in Sicherheit, dieser ukrainische Junge, der über 1000 Kilometer bis in die Slowakei zurückgelegt hat. Und da hat er wirklich nur dabei diese Nummer auf die Hand gekritzt und eine Plastiktüte und seinen Reisepass. Freiwillige Helfer kümmerten sich dann an der Grenze um das Kind und brachten es tatsächlich zu seinen Verwandten in Bratislava. Die Mutter dieses Jungen ist nach wie vor in der Ukraine, dort muss sie ihre kranke Mutter pflegen, aber er hat es ganz alleine geschafft, umso gute Nachricht auch mal entgegen.